Musik Herzlich Willkommen bei uns auf dem Erlebnisbauernhof mit Lamas und vielen anderen Tieren. Hier fühlen sich Mensch und Tier wohl. Für uns ist wichtig, dass die Tiere artgerecht leben können. Mit unseren Lamas arbeiten wir nach der Methode von Martin McGee-Bennett, schonend und einfühlsam. Musik Unseren Hof zeigen wir Ihnen gerne. Musik Kommen Sie doch mal zu einer Wanderung vorbei. Oder feiern Sie bei uns zum Beispiel Ihren Geburtstag oder den Geburtstag Ihres Kindes. Musik Wir entführen Sie auch gern zu einer Kutschfahrt. Auch Team-Building-Maßnahmen sind mit den Lamas hervorragend möglich. Musik Die Tiere und die damit verbundene Achtsamkeit für andere sowie für sich selbst stehen dabei im Mittelpunkt. Musik Wir freuen uns auf gemeinsame Erlebnisse. Bei uns am Erlebnisbauernhof, bei Ihnen oder bei einer Wanderung in den Bergen. Erleben, Staunen, Verstehen Ihre Familie Zallinger aus Erlbach Musik Musik Und da sind ein ganzes Schauspieler aus Erlbach, bei Ihnen oder bei einer Wanderung in den Bergen. Untertitelung des ZDF, 2020